Nennet bei Jugendfeuerwehr? Ja, richtig. Kevin Lauber. Ich bin der Chefpräsident der Jugendverfragsspiel in Lennetz und wir sind gestern gefragt worden, ob wir das machen können. Wir haben zwei Freiwege gefunden, die Ja gesagt haben. Wir sind jetzt hier drunter gefahren und vielleicht noch so ein bisschen die Bäume. Ihr habt bis 17 Uhr gewartet, damit es nicht ganz zu warm wird? Ja, genau. Das wurde in der Hauptbahn so gesagt worden gestern, besonders gegen 17 Uhr machen. In der Mittagssonne macht es keinen Sinn. Na klar, verdunst du ja wieder. Ja, eben. Wenn die Natur unterstützt, Bäume brauchen Wasser, haben wir Jugendfeuerwehr organisiert und unterstützen uns heftig dabei. Neue Erfahrung für die Feuerwehr Rämpcher, neue Erfahrung für die Jugendfeuerwehr, für die Jugendlichen. Wie viel Wasser fasst denn Ihr Löschfahrzeug? Hier fasst 1.000 Liter. Und wie viel werden Sie heute an die Bäume abgeben? Also wir haben so einen Anweis bekommen, ca. 100 Liter Wasser pro Baum abzugeben. Also reicht das Volumen für 10 Bäume. Danach wird Wasser wieder abgefüllt und es wird weitergemacht. Und morgen und übermorgen auch? Ja, ist geplant.